Was geht ab euch auf der Erde? Terrafox hier, genannt von der Erde. Wir spielen jetzt heute Half-Sword. Das ist ein Mittelalter-Kampf-Simulator-irgendwas mit viel Blut und so. Das ist die experimentelle Demo. Wir spielen das jetzt an. Ich starte auf Sword. Ich habe die Grafik eingestellt auf E-Cinematic und 240 Hertz und so weiter sofort. You have to move, push forward, relax. Okay. Okay. Er kann nicht aufstehen. Jetzt. Oh, er lernt laufen. E-Qs Interact. Okay. Jetzt leg ich das Ding doch endlich hin, ey. Oh Mann, was ist denn los mit der Steuerung? Ich glaub's ja nicht. Schau dir mal an. Lass doch los. Er hat losgelassen, aber es hängt trotzdem in seinem Bein fest oder was. Oh Mann. Also das ist für eine Taschenlampe. Das ist ein Interact. Ich geh mal hier hin. Mal gucken, was hier so ist. Oh Mann, was ist denn los mit dem Demo? Die funktioniert ja gar nicht. Jetzt lass endlich los. Jetzt lass endlich los. Jetzt lass endlich los, wird er noch mal. Alter. Ich weiß nicht, ob ich die Kuh oder E drücken soll. Oder beides. Ja, endlich. So, und jetzt hebt es auf. Endlich. So. Wow, wir haben die Hose anziehen können. Unglaublich, ey. Können wir die Taschenlampe mitnehmen? Dann bitte alterliche Taschenlampe, aber auch nicht schlecht, ne? So, okay. Wir leuchten mal den Weg entlang. Hold and let's remove your mouse to swing. Achso, mit der Maus ist nicht so wie bei Modern Blade, wo man so das dann... Und man muss der Maus, mit der rechten Maus, das zu schwenken und man ist... Oh, das werden wir getötet. Das werden wir getötet. Ich stirb. Nimm meine Lampe. Lampe, die Fresse. Nein. Ich bin tot. Ich hoffe, ich muss es schlagen. Wir sind... Wir haben einige Güte. Ist das wie ein Deutscher oder was? Ich bin tot. Ich bin am Boden. Und jetzt wird einfach so draufgetreten oder was soll man sich... Heutige Jugend unglaublich, ey. Ah, ha, ha, ha. Das ist irgendwie so ein schönes Bild aus dem Mittelalter oder was? You died. Wie ist das? Nochmal. Oh, hat gleich im Tutorial gestorben. Wie ist das? Kommt schon, lad doch endlich. Endlich, geht doch. Alter, man sieht hier die Knochen, wenn man da rein... ...sieht. Hat hier Röntgenblick, warte nochmal. Vielleicht schau ich jetzt nochmal. Da sind die Knochen. Anscheinend nicht. Okay, schau ich nicht nochmal. Okay. Stell dir nochmal auf. Nochmal versuchen. Na, Mann, der läuft so, als ob es zum ersten Mal in seinem Leben gehen würde, ohne Witz, ey. Bam, 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 schlagen, 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 schlagen. Yeah, wir haben eine Waffe. Wollen wir mal, wo ist die Kiste hin? Wo ist die Kiste hin? Ey, wieso startet das Ding wieder? Ey, der ist tot. Der ist wahrscheinlich in der Hölle. Da gibt es keine Waffen, ne? Oh, jetzt hab ich die Kuh gedrückt bei E oder so. Bam. Dort. Dort, jetzt bin ich mal dran. So, jetzt T-Baggen. T-Baggen. Steuerung, ne? T-Baggen. Okay, er ist am Boden. Jetzt können wir T-Baggen. Oh, ohne Witz, ey. Oh, ohne Witz, ey. Ich zum Swap Hands. Okay. Er ist tot. Die T-Baggen kann man hier. Okay, der Störung, das ist die T-Baggen. Oh, typisch T-Baggen. To hold down, ihr kute Schild und sch- Was ist das Schild? Das hat man nie gehört, das Ding sofort. Er ist da oben im Inventorier. Okay, wir sind tot. BfC to move forward, was ist denn jetzt los? Doch, jetzt klingt irgendwie so etwas. Eine Schlafmütze und irgendwas Manns, die noch mal eine Hose gibt, geben die uns nicht oder was. Also, das kann ich jetzt andere nehmen. Hm. Da kann ich nicht aufheben. Okay, das nehmen wir mal mit. So. Nochmal. Es ist zwar immer noch kein Schwert oder so, aber wir haben hier etwas zum Schwingen. Wow, wow. Lalalalalalalalalala. Oh, das ist der Gegner. Ich weiß gar nicht, was er hat gesehen, was er hat mir ist. Nimm das, nimm das. Stirb, 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 stirb. So, endlich tot. Das belohnt die Bergen, wie immer. Ah, ich kann es nicht lassen. Er wurde auf. Du bist besiegt. Hey, ich lasse die Schaufel endlich gehen. Halt es, er endlich. Ich wollte die Schaufel nicht mehr. So, die Bergen. Da will ich getebackt werden. Naja. So, wir sind mal nicht beim Frankfurter Hauptbahnhof. Lassen wir ihn liegen. Auch wenn er am Boden liegt. Steht er wieder auf. Okay, dann mit der rechten Hand ist es stärker, oder? So. Achso. Hä? Das ist aber ein bisschen falsch. Wenn ich die rechte Maus aus der Klicke, schwingt er mit der linken Hand. Wenn ich die linke Maus aus der Klicke, schwingt er mit der rechten Hand. Das muss es nicht umgekehrt sein. Wenn man die rechte Maustaste und dann rechte Hand oder so. Oder die linke Maustaste und die linke Hand. Das wird auch irgendwie... Irgendwie... Das klingt ein bisschen logischer, aber anscheinend ist es hier umgekehrt. Aber was müssen wir jetzt machen? Sollen wir den den Finishen oder was? Äh, liegt doch schon am Boden. Okay, finishen wir den. Daff aus. Bom, 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 bom. Da muss man, glaube ich, ducken. T-Bäcken und dann Daff aus gegen die Hand. Bom. In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. Okay, das Tod. Jetzt sind wir noch, die Tode lebt immer noch. Tut mir leid, aber ich muss das Tod mal abschließen. deswegen muss ich umbringen wahrscheinlich habe keine ahnung wenn das was als nächstes kommt das steuert sich wirklich schwierig wie er würde es wahrscheinlich mehr spaß machen die er aber kann wir hätten so lassen ist es wieder ausgelaufen ich glaube irgendwie ja sie noch in der alten wg wohnte die hat eine brille gehabt und der playstation 4 natürlich aufgesetzt haben ein bisschen wie er gespielt ok ich glaube ich nehme mal die schaufel mit kuh ja doppelhandig da kommt einer angelaufen glaube ich oder das ist der der schreit da wollte ich mit einer schaufel verkloppen das kriegst du dich auf schaufel 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 ein laufmarschow da wird so eine youtube reihe mit details und er hat dann in der schaufel sehr lieb dass er mich daran täglich seiner schaufel die an den typen werden wir alle aufmarschowel sagte immer ok das schon mit blut überströmt oder der lebt immer noch stürzt 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 rot so ja die becken der schreit schön richtig verlangen haben die becken ja die die potato chips ok genug die teabags wir schlafen mal hier kann man mit schiff sprinten ja man kann mit schiff sprinten holt es an was heißt schieße ok dann lasse ich meine waffe fallen war meine güte ich hatte gerade meine waffe aufgehangen stürzt scheiße mein arm verdammt nochmal ok noch einmal weil immer das über der anfang mal anders ist das haben wir schon wieder die kiste ok ok da sind nur schuhe drinne was ist das für ne verarsche ey das ding hier aber noch die lampe noch so zu bambam bambam busch 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 swing 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 oh der hat ne Schuld hat er schuld werden schuld werden schuld du kriegst mich nicht kampf verbrochen mountain blade da gibt es auch schwer da soll da haben doch jetzt nicht auch mal daneben aber kommt schon nein steht sich wieder auf du stehst nicht wieder auf du stehst nicht wieder auf nein der steht wieder auf und tötet mich aber wir leben noch also okay wir können nicht wieder aufstehen heute mal mit der scheiß zange auf uns so haute denn immerhin meine Köln Köln er wird heute werden aber vor allem die Güte 60 Prozent das Spiel macht Bock Prozent 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 was ging es diesmal das Mann ziehen immer noch keine Hose Ah, greifst du den Ding an die Kirchen hier. Wow. Was war das denn? Das ist ja drüber gestolpert. Da fliegt er 30 Meter nach hinten. Alter. Der stolpert drüber. Er kann nicht drüber laufen. Wow. Die Physik ist einfach klasse dem Spiel. Das muss ich zugeben. Die Physik ist und glaube ich klasse dem Spiel. Alter. Da. Stirb. 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 In die Fresse. Yeah. Oh. Ich glaube immer mal so. Ist wie beim Modern Blade. Da kann man auch noch hinten spielen. Das hier. Logo. Non. Das sind die Frames. Horizontal. Non. Screen Effect. Cool. Kann man das einstellen. Film Crane. Nee. Okay. Filter. Ich wusste gar nicht. Kann man das einstellen. Hier wieder was. Tick Photo. Nee. Okay. Teabagging. Bad. 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 Bad to shit. Ja. Ja. Da macht schon schöne Geräusche dabei. Okay. Gehen wir weiter. Hold Exus. Swap Hands. Das ist eine Zweihandwaffe. Oder keine Ahnung. Mit der linken Hand. Hä. Ey. Der benutzt sie mit Zweihand durch die Waffe. Okay. Was ist hier drin? Eine Hose. Nee. Keine Hose. Aber ich möchte lieber roter. Rot ist meine Lieblingshase. Die Lampe nehmen wir mal mit. Nein. Falsch. Falsch. So die Lampe. Aaaaaaah. Wann auch nochmal. So der Scheiß. Können wir wieder ein blöder Gegner gelaufen ey. Aaaaaaah. Ich wollte gerade die Lampe aufgeben. Ich hab die Lampe aufgeben. Ey mein Gott. Es hilft schon ein Po oder ein Treffer. Alter. Ey. Aaaaaah. Bleh. Okay. Das reicht. Mal 15 Minuten haben wir schon als Spielzeug gespielt. Das war Halfsport. Die Demo. Oh. Das macht Bock. Das Spiel. Hätte ich gesagt. Das Spiel macht Bock. Aber es ist ein bisschen schwierig. Und die Steuerung ist leicht zu erklärt. Aber irgendwie schwer zu meistern. Easy to learn. Hard to master. Sagt mir dazu ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Daumen hoch für euch. Fürs Zugucken. Hier kommt der. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Fast 15 Minuten haben wir gespielt. Okay. Das war Halfsport. Dankeschön.